Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern wurde überraschenderweise der Trailer zu den Crossover-Stories für Valhalla und Odyssey gezeigt und ich mache heute eine Trailer-Analyse, wo ich euch versteckte Details zeige, die Hinweise auf die Story geben, auf das Setting und auf neue Features. Dementsprechend lohnt es sich jetzt hier auf jeden Fall dran zu bleiben. Zu Beginn des Trailer sehen wir natürlich Eivor und Cassandra, wie sie aufeinandertreffen und das ist natürlich höchstwahrscheinlich in Sky und sie haben hier einen kleinen Kampf. Gleich zu Beginn sehen wir aber schon den ersten Hint, nämlich natürlich erstmal, dass Cassandra eine heftige Axt hat, die sie normalerweise nie hat, also quasi auch da ein neuer Waffentyp vielleicht, ich weiß es nicht ganz, aber was hier interessanter ist, ist die versteckte Klinge, zumindest der Ansatz. Denn wir sehen hier auf jeden Fall, dass sie am linken Unterarm ein, es sieht aus wie ein Medusa-Kopf, hat mit einer Öffnung unten und wenn wir uns ein anderes Bild anschauen oder eine andere Szene, die später fast am Ende gemacht wurde, dann sehen wir natürlich ganz am Ende, dass sie eine versteckte Klinge besitzt. Und wenn wir es genauer uns mal anschauen, nämlich in dieser Szene, ja, dann sehen wir, zack, dass aus diesem Medusa-Kopf eine Klinge herausragt und die Frage ist, woher hat sie diese Klinge? Wann wird sie die bekommen? Bekommt sie die in der Odyssey-Story? Das wird interessant sein tatsächlich. Das ist auf jeden Fall der erste starke Hint, interessant auf jeden Fall, weil vorher hatte sie ja keinen oder beziehungsweise Alexios-Kassandra hatte keinen. Und dann geht es erst richtig los, wir sehen nämlich zum ersten Mal neue Landschaften und das sind die neuen beiden Regionen. In Odyssey wird es Corfu sein, eine Insel im Nordwesten von Griechenland und bei Valhalla wird es natürlich die Insel oder Iso of Sky sein, also eine Halbinsel, soweit ich es weiß. Ich habe dazu auch Informationen von Ubisoft bekommen, vor schon zwei Wochen. Die werde ich am Ende des Videos mit euch teilen, auf jeden Fall. Nachdem wir unsere Landschaften gesehen haben und realisiert haben, dass Kassandra sich eigentlich nur ausruht auf Corfu, haben wir dann einen kleinen Hint, dass da etwas Neues kommen könnte, denn sie nutzt ihren Speer und dabei fliegt eine blaue Aura um sie herum und ich weiß nicht ganz, was es ist. Es könnte ein Hint sein auf eine neue Fähigkeit, die sie ergattert hat in der Zeit, wo wir weg waren. Das kann sein, aber sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Im nächsten Ausschnitt entdecken wir dann natürlich ganz klar eine Isotafel mit fünf Symbolen. Vielleicht muss man fünf Artefakte sammeln. Das sind Dreiecke, vielleicht hat es ja was mit Kassandra zu tun. Und wir wissen natürlich, dass das Ganze in Sky sein muss, weil es Eivor ist, die da steht mit ihrer versteckten Klinge, die vorne angebracht ist. Also das ist Eivor auf jeden Fall. Also wird es in Sky sein und danach gibt es leider keine weitere Informationen dazu, was da wirklich gemacht werden muss. Wir sehen dann den Kampf, den wir gleich am Anfang gesehen haben, aber mit zwei unterschiedlichen Waffen. Zu Beginn kämpft Kassandra mit einer Axt und dann im zweiten Teil dieses Kampfes hat sie auf einmal ein Schwert, welches ja auch schon der liebe Annie Reloads bzw. Pedder geteilt hat. Ich habe den Namen leider vergessen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der Name des Schwerts ist. Auf jeden Fall ist das eine neue Waffe. Es sieht mir nicht aus wie ein Kurzschwert. Vielleicht ist es ein neuer Waffentyp. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich noch drei Screenshots für euch, die sehr interessant sind. Nämlich der erste, der uns zeigt, was für eine Waffe es ist. Es ist halt wie gesagt diese Waffe, die Annie Reloads schon geleakt hat mit Pedder gemeinsam. Und wir sehen hier, wenn wir ranzoomen am linken Unterarm, dass tatsächlich dort ein Medusa-Kopf ist, der die versteckte Klinge beinhaltet. Woher sie den hat, das weiß man nicht. Zeitlich spielt es natürlich nach dem Odyssey-Free-Content wahrscheinlich. Das heißt also, meine Reihenfolge wäre tatsächlich ihr Spiel als erstes Odyssey und dann Valhalla. Und dann solltet ihr eigentlich good to go sein, um in der Story klar zu kommen. Beim zweiten Bild sehen wir natürlich die neue Landschaft von Sky. Eine sehr steinige Landschaft, sehr flache Landschaft. Zumindest was das Gewächs angeht. Es ist jetzt nicht sehr viel, wie ich dort sehen kann. Ein paar Bäume. Aber einer von den Mentoren, soweit ich weiß, Cole, glaube ich, der war da schon. Ich habe das letztens gesehen auf Instagram. Der hat mir gefolgt. Cole, wenn du das siehst, schreib mal gerne in die Kommentare. Du warst auf jeden Fall auf der Insel of Sky. Wenn ihr das Ganze spielen wollt, dann müsst ihr eure Siedlung auf Stufe 4 bringen. Und die Quest ein weiser Freund abschließen, damit ihr hier starten könnt in Sky. Und dann habt ihr eigentlich kein Problem mehr und könnt da ganz easy peasy hin. Das nächste Gebiet, was ich euch zeigen wollte, ist natürlich Corfu. Und das ist wahrscheinlich auch der Hafen von Corfu. Wenn man das mal mit Google Maps vergleicht, dann ist das schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Bucht. Sehr grüne Landschaft. Und hier ist es so, dass ihr das erste Kapitel von Odyssey abschließen müsst und bis nach Megares reisen müsst. Dann könnt ihr auch nach Corfu. Ich sage mal so, für euch ab dem 16. lohnt sich das am meisten. Wenn ihr kein Odyssey habt, ich würde mir Odyssey an sich kaufen. Aber wenn ihr nicht das Geld habt und lieber das DLC kaufen wollt oder was anderes, dann könnt ihr auch beim Free Weekend das Ganze in drei Tagen ganz easy peasy zocken. Weil so müsst ihr nichts kaufen. Das Ding dauert nicht lange. Kapitel 1 schafft ihr an einem Abend. Und am zweiten Abend könnt ihr dann loslegen mit dem ganzen Ding hier. Zwei bis drei Stunden soll dieses DLC in Anführungsstrichen gehen. Free Content ist es natürlich. Und auch das andere, das Valhalla DLC geht auch dritt zwei bis drei Stunden. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Dränger-Daumen nach oben da. Beziehungsweise einen Spartaner-Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich euch im nächsten Video sehen zu können. Das Abo habt ihr aktiviert, das weiß ich. Und die Glocke auch. Da freue ich mich und Evo auch. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Meth trinken. Auf das wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Evo. Bis später. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020